und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei it takes two ja ich habe ganze 24 stunden so nicht mehr gespielt und keine ahnung mehr was wir machen sollte es ging irgendwie um glaube ich ja und wir haben glaube ich die brücke runter lassen irgendwie aber mehr weiß ich jetzt auch nicht mehr also irgendwie sollten wir jetzt da hoch und machen einfach 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 diesen kaputt kann man irgendwas komisches machen hier müssen wir darauf gehen nicht scheint aus holz zu sein ja warte mal ach so okay warte mal du weißt schon dass du da hoch gehen soll ja dann muss man aber erstmal hier hin wird man ja ich kann leider nicht sehen musst du nicht rechts oben hier oben da muss eine kugel durch moment jetzt weiß ich ach du musst das rüber ziehen wenn die kugel runter rollt hat mal eben ach du scheiße und da war ich aber bei mir wahrscheinlich das nicht was denn ja das funktioniert nicht denke ich ja du musst ja aber ich kenne du sollst nicht zu mir gehen weil du musst drücken wir bleiben ein du musst drücken du musst erst jeden schalter machen und dann wahrscheinlich den rechten schalter mit die kugel nicht kaputt geht ja ich kann ja immer noch drücken hier die kannst du nicht weil jetzt funktioniert sie ja nicht habe ich dir eben schon gezeigt da ist doch die kugelmann was willst du denn von mir wird das bei mir nicht funktioniert eben mit dem aber du es nicht kann es einfach ja ja du kannst es nicht ach scheiße jetzt ist sie weg wir hätten sie vorher hier so umlegen müssen die ist jetzt weg die hier reinfallen müssen ach ach so okay okay dass das war aber das muss aber schnell machen jetzt 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 komm geh du dahin nein warum machst du nicht den ersten habe ich noch eben das wollte ich dir gerade sagen aber nein du bist ja wieder direkt da reingesprungen ja dann soll ich jetzt aber dann denkt dran dass du hier schnell hin muss du musst das mich umlegen du hältst es erst fest bevor ich jetzt gehe ich da runter und du hältst es noch hoch jetzt kannst es loslassen schon alles erledigt so kann ich schon da unten weiß ich nicht ich mach mal das war scheiße doch ich hab dich schon als kind nicht nicht so intelligent empfunden diese dinge ja ja aber darfst du nicht drin diesmal ich muss die schießen also dann hättest du auch mal treffen sollen wieso kann ich nicht einstellen vorher ach ich muss zielen okay warte jetzt musst du schießen das reicht aber nicht du bist leichter immer rein ja warum muss ich wieder rein ja eben weil ich leichter bin die ein bisschen höher weil ich war zu tief ich kann das gar nicht steuern doch das ist der einzige der da steuern kann ach so oder nein nein mach du mal die Höhe die Höhe die kann ich nicht wenn ich da drauf drücke schieße ich ne nicht drücken mit dem Cursor mit dem Stick geht nicht also ich kann nur rechts und links machen mehr geht nicht ich konnte hoch und runter meine ich eben machen warte mal hä hä wieso klingt das gerade nicht äh mach nochmal nein scheiße sag doch hä ich war doch drin aber ich war nicht im Ziel ja das ist ein ticken unten aber okay dann weiß ich aber ungefähr war aber eigentlich recht gut muss ich sagen mach nochmal ja ich das war so klar dass es dann zugeht äh ne das ist immer noch nicht hoch genug warte mal hä jetzt kommen wir nicht mehr rein ja ja genau jetzt ist es zu hoch ey willst du mich verarschen geh doch mal davor weg mann ich kann jetzt mal nicht mit wem redest du jetzt gerade ne mach nein dann knallst du dagegen siehst du nicht dass das immer zu geht ja es ist was ist das denn ey so nochmal ja so jetzt sind wir den nächsten warte mal ach so nee jetzt haben wir schon zwei wie sagen wir schon zwei ja im moment hier vorne ist doch noch einer müssen noch mal das den anderen ballon hier ja aber wie sagen wir schon zwei verstehe ich nicht ja den müssen wir auch noch wie kriegen wir den denn versuch mal da durch ne ich glaube ich glaube es geht anders aber mach mal aber links rum kann man nicht mach mal ja doch doch ja das ne ich weiß wie das geht man muss abprallen gibt es hier eine abprallmöglichkeit ja das kannst du nicht das haben wir ja gerade schon festgestellt was ist das kannst du nicht das muss ja irgendwie gehen was ist das hier ne da rüberspringen können warte mal mach mal bitte mach mal bitte ne das geht aber auch nicht ne da bin ich nicht vertraut sollte ich dich jetzt gegen die wand hämmern warte mal kann es sein dass wir hier irgendwie erstmal was anderes machen müssen unten warte mal hier unten ist was können wir vielleicht irgendwas da drauf werfen weil da drüben ist ja auch ein schuss ne da drüben ist kein schussteil ach aber vielleicht kann man das drehen irgendwie oder was freimachen da warte mal was ist das denn da hinten also unten ist auch viel ach warte mal unten natürlich kannst mich da runter du kannst mich da runter schießen wahrscheinlich ne ja aber was bringt uns das ich meine wie gesagt du wirst vielleicht da hoch springen aber was bringt uns das du kannst ja nicht da drüber springen ne ich kann auch nicht weiter runter ne 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 nach unten geht es auch nicht ich kann nicht weiter runter aber wenn du mich da hinschießt oder darüber schießt schieß nicht mehr darüber bitte ja ob das was bringt ok ich muss höher warte mal ich wollte gerade sagen wenn dann etwas höher ja ich weiß oh ey ja du weißt immer mach mal ach warum kann man ich kann den lenken ach so warte mal ich kann den lenken nein im flug oder wie ja ja pass auf da müssen wir müssen wir es hier mal machen ja muss aber relativ eng dann machen wir ja es war zu niedrig ich muss höher aber das ist das geht so ja wahrscheinlich nicht wahrscheinlich unwahrscheinlich geht nein was machst du denn das war zu hoch nee das war nicht zu hoch das war nur schlecht gelingen wirst du warte mal hier ist was ach so zack ich sehe nicht wo er hingeht ach da vorne ach jetzt geht das erst hoch ok das ist ein riesenrad äh nein ok ich bin gut ach so das dreht sich ich brauche da gar nicht das haben so riesenräder an sich ne ach so oh fuck fuck halt du das gleich gewicht pass auf nein ja da ist doch nicht runter gefallen ja aber warum ja mach oder so ich langsamer fahren vielleicht fahr einfach jetzt guck mal wir sind doch zwei ausgefuchste profis hier und jetzt jetzt musst du irgendwie da runter ach so ich muss da runter kippen ach so ja ne ich muss an kippen ich war gerade ok oh da oben ist einer transpez transpez genau und dann müssen wir da beide warte mal ne ich muss irgendwas ich hab die jetzt in der hand wo muss ich die hinlegen ja du kannst halt ach so also als einziger ran muss ich erstmal auf die andere seite nein ja 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 ach so ich muss schwingen ach so es war y scheiße wieso stand bei dir rt und bei mir y nein nein das musste y musst du so annehmen mit aber rt muss ich sie fliegen lassen ne und sie kommt ja kannst du mich auch nehmen du musst das musst du oder warte mal wenn ich die jetzt ach so ich muss sie ne warte glaub ich glaube ich muss sie da rein werfen und wie komm ich raus komm ich nicht mehr raus ne rt ist r2 ne nicht r1 ja hä hallo na danke ich bin gestorben ok warum so jetzt haben wir sie hier aber was machen wir jetzt damit lass mal papa gucken äh ach so hier hast du die da reingelegt hier ne ich hab's in der hand immer noch hier hier ist doch was ja ach da kam sie doch her dann soll ich sie dann wieder zurücklegen ne dann lass uns hier also wir müssen hier durch hier ist der clown jetzt weiß ich oh gott nimm du das ding nein nein oh ich kann auch nicht weit springen irgendwie ja du hast ja auch ne kugel in der hand komm her schatz den machen wir platt hast du mir irgendwie zielt ne oh das tut mir jetzt ja aber so schrecklich leid ok können wir wieder mit dem ding fahren ja ne oje lass uns aber hier draußen nochmal kurz ach ne das ist wieder hier ok dann brauchen wir nicht gucken wieso bin ich jetzt auf der seite ach so in die richtung ja klar hallo was machst du ich mach Konfetti hier hallo ist die kutsche hallo ist die kutsche hallo ist die kutsche hallo ist die kutsche ne das tor muss in der nähe sein ah wie geil ich will die reiten geht nicht ach scheiße mit denen geht das nicht ich dachte man könnte die reiten ok das ist hier quasi ein playmobil schloss ja ja schatzi ja wir müssen nicht machen drücke den vogel um ihn zum singen zu bringen ja und wie das stimmt was muss ich machen hä das war ach so ich darf das erst machen wenn es unten ist oder wie ja toll das ist doch scheiße helfe du hast nur neun bist du schlecht ey ich hab weit mehr als neun getroffen das kann man aber auf der aufnahme auch sehen ne doch so ja wir müssen immer so ein bisschen Ausschau halten wegen eventuellen Zusatzspielen das wir die auch mitnehmen ich mein scheiß drauf ob die kutsche sind oder nicht ok ok äh wuhuuu ja ok das macht Sinn ja und wie viele punkte kriegst du oh wie viele punkte hast du bekommen ich hab das noch nicht gemacht was machst du wo bist du überhaupt keine ahnung wo du bist du solltest da mit rüber geschossen werden ich weiß nicht wo du bist keine ahnung ja ganz normal die gleise entlang ja ich bin aber woanders hier so ich stehe jetzt wieder in den kanonen jetzt beeil dich mal oh hier ist ein Zug der fährt mich gerade über die kanonen ich weiß nicht wo du bist die kanonen wo wir ganz am anfang hingelaufen sind ne da oben bin ich nicht hingelaufen wie bist du da hoch gekommen das ist jetzt nicht dein ernst nein ich bin da nicht hingelaufen ich weiß nicht wo du da hingelaufen da bin ich nicht hier gelaufen oh was ist das was ist das drück mal RT hi Schatz lass dich mal rausschießen ja ich hab mir ja ich hab mir ja ich hab mir ja ich fand es auch lustig ich geh jetzt mal hier unten gucken vielleicht müssen wir ja wir mal mit dem Zug, ach ne, kamen wir nicht hier raus? Hier kamen wir rein. Vielleicht müssen wir mal mit dem Zug weiterfahren oder so. Ah, Geburtstagstorte! Happy Birthday! Six Year Old Child! Oder young muss man ja eigentlich sagen. So sieht's klebrig aus. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Den machst du einfach nur mal hin und her. Der klebt das woanders fest, dann machst du nur mal. Okay. Ja, und dann kannst du es dreimal machen, die sind wieder an der gleichen Stelle. Oder zweimal. Hier ist aber doch noch was. Was ist das? Da, guck mal! Wo? Ich habe einen Luftballon gemacht. Okay. Achso, der fährt hier durch. Okay. Ja, aber wir müssen hier was machen. Hier ist ein Trommel. Hier ist ein Seil hier oben. Also hier kommt man hoch. Ich bin drüben, auf der anderen Seite. Ja, ich auch. Ich habe gerade einen mit Dominos runtergeschubst. Okay. Ach, du bist wieder da. Ja, ich habe... Hier ist ein Seil. Warte mal, hier gibt es noch was mit RB. Warte, 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 bitte mal stehen. Wie soll ich das nehmen? Das ist... Die ist nicht magnetisch. Das ist eine Bowlingkugel. Ja, geh weiter nach rechts, rechts, rechts. Das ist immer noch links. Weiter. Geht nicht, weil hier eine Schranke ist. Die musst du dann aufmachen. Warte mal, ey, warte. Ich muss hier das Ding kaputt machen. Darum geht es. Warte mal, ey. Die Schranke kann ich nicht hoch machen hier. Nee, kann ich nicht. Ich kann das Teil sonst nicht bewegen hier. Also du musst schon links, rechts machen. Du kannst doch schwingen wahrscheinlich. Ja, eben. Du musst links, rechts machen. Ich kann das nicht. Weiter. Das nicht zu weit. Hä? Du musst mehr Seil lassen. Das ist zu hoch. Nein, runter. Ich kann nicht tiefer. Nee, geht nicht. Aber das muss irgendwie damit gehen. Sonst... Ach, die muss ja ausklinken. Ausklinken? Kann das sein? Abbrechen? Ja, nee. Nee, nee, jetzt bin ich draußen. Mit Y. Mit Y oder RT. Wie gesagt, jetzt bin ich draußen. Das geht nicht. Ich gehe nochmal rein. Nee. Also egal, was ich drücke, es funktioniert alles nicht. Warte. Oder kannst du hier bei mir... Geh mal nach links vielleicht? Ach, wir sind doch tof. Nein, wir sind doch tof. Ich kann doch einmal ganz rum gehen. Das war doch richtig. Das ist nur, weil du da sagst... Nein, ey, wenn ich höre, dann wird nix, wird das nix. Ja. Boah, jetzt... Ach, wir sollen gar nicht schwingen, okay. Okay. Das Offensichtliche ist wohl zu offensichtlich anscheinend. So, jetzt kommen wir schwingen. Jetzt schwingen wir. Zurück. Vor. Und vor. Und zurück. Vor. Zurück. Vor. Zurück. Der Bleistift muss weich. Na komm schon. Zurück. Und... Kräftig. Zurück. Oh, ist der Stabide. Kräftig. Das erinnert mich an Assistant's Creed. Weiter. Ups. Warte, warte, warte. Wir sind nicht hier, um Probleme zu causen. Ja, ja. Wir sind hier, um den Elefant zu sehen. Wie sollst du dich insulten, Cutie, die dritte Königin des magischen Kastel? In short, Her Majesty. Oh, yes, we mean Her Majesty. Can you take us to her? It's kind of urgent. The Queen does not grant audience with peasants? Peasants? Whoa, whoa, back up. Who are you calling peasants there, buddy? Okay, I built this castle. All right, I even came up with the name Magic Castle, so if it wasn't for me, you wouldn't even... Okay, hey, 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 hey. Excuse my underling, ma'am. Underling? Underling, yes. Wir sind Messenger aus einem Land weit, weit weg. Wir kommen mit einem sehr wichtiges Text für die Majestät. Und es ist vorbei. Oh, naja, um, wir müssen die Majestät in person sehen. Hmm, warum? Ah, weil sie wollen die Queen töten! Was? Nein! Sie sprechen die Wahrheit? Natürlich, ich werde nie leid. Ich bin Dr. Hakim, Bibel der Wahrheit. Ich bin Ihre Majestät, Herr Schütte, Elefant III, Queen der Magischen Kastel. Willst du ihn nicht aufhörst? Er ist verrückt, Loco! Er ist lieb! Oh, ja? Dann warum nicht du die Text für Ihre Majestät? Vielleicht ich will! Okay, so die Sache mit dem Text ist, ist es ziemlich komplex. Aha! Genau! Genau! Weil es keine Leidungen gibt! K-A-K-Z! 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 Bring sie in! Ah! Das ist sehr gut gelaufen. Mom... Oh... 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 Oh Gott, Cody, warum hast du prison cellen gebaut? Weil alle Kasteln haben prison cellen. Entschuldigung. Dann machen wir die Regeln. Hey, jemand hört uns? Hallo? Hallo? Well, Glückwunsch für uns. Du bist nicht der Ingenieur in der Familie. Du bist mir egal? Was machst du? Ich habe das gebaut. Ja, ich kann das sehen. Die Toilette hat keine Pipen. Ja? Das ist ein Toyskastel. Die Toys gehen nicht ins Bett. Oh. Nein. Ich habe zu viel gegessen. Komm, komm, komm. Ich kann nicht. Oh. Okay, so you built this place. Where to now? Just turn right here. Guards! Uh, uh, over here, quick. Come on. Oh, Höhe! Oh, Gott, wohe... Puderz р лиburg... Ich mache das. Ja, ich bin ein Zauberer. Und du hast ein geiles Schwert. Ja, aber da ich davon ausgehe, dass das nochmal ein richtig, ja, cooler, aber eigener Abschnitt sein wird, würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen uns dann in der nächsten Folge weiter, wo wir hoffentlich endlich mal diesen dämlichen Elefanten, Entschuldigung, die Majestät erwischen werden. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis dann. Ciao.